Schließt das vor! Tötet jeden, der flüchten will! Ist mir egal, ob er zu uns gehört oder zu wem! Wer sich dem Tor nur nähert, ist tot! War das deutlich? Ich glaube hier müsste es funktionieren. Der guckt ja nicht hier hin. Das ist halt einfach die Frage, wie neben da hinten. Komm, ich muss nur aufs Schiff rauf. Sobald er hier durchläuft. So. Renn, 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 renn. Okay, ich bin drauf. Noch einer. Ja, genau, da steht einfach einer. Eigentlich. Voll, äh, mysteriös, wie ich den jetzt eigentlich befreien kann. Trotz der Tatsache, dass da einer steht. Ja, okay, jetzt weiß ich wie. Gut, dann muss ich den erst killen, bevor ich die hier befreien kann. Mann! Ach Gottchen! Ist aber spannend hier zu spielen. Wenn ihr bereit seid. Ich bin bereit, immer doch. Mann! Da hätte ich aber früher zünden können, eben, dass ich den eigentlich erst töten muss. Ja. Ja. Voll du, 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 du. Hier oben werde ich auch gar nicht entdeckt. 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 Aus der Sicht von beiden. Wunderbar. Wieder aus der Sicht von beiden. Nein! Gosh! Als ob. Nur weil ich rechtsklick gedrückt habe, klettert der die Wand hoch. Das ist doch... Wieso kann man die Steuerung nicht einfach besser machen, dass man nicht rennen und klettern auf derselben Taste hat? Das ist so nervig, wenn du gegen eine Wand rennst. Klettert man automatisch? Ernsthaft? Ist doch scheiße. Also mich nervt das schon die ganze Zeit, aber... Wenn man deswegen noch Aufträge versäumt, dann ist das irgendwie schon scheiße. So, okay. Dieser Typ da vorne. Wir versuchen jetzt wieder als erstes aufs Schiff zu gelangen. Wie wir es auch das letzte Mal gemacht haben. Ja gut. Er sieht mich ja auch, ne? Als plötzlich sieht er mich nicht mehr. Interessant wie dieses... Wie diese generelle hier funktionieren. Geh einfach hoch. Drecksack. Ein alter Schatten ist ja grad hier durch. Okay. Diesmal habe ich es geschafft. Nice one. Und diesmal... Kann ich auch nicht entdeckt worden sein. Eigentlich. So, okay. Jetzt hier nach hinten. Schön! Okay, das Schiff haben wir erreicht. Also haben wir es geschafft. Das Schiff Level. Es fehlen nur noch die anderen beiden. Die haben wir aber beide schon mal gekonnt. Die müssen wir jetzt eigentlich auch wieder schaffen. Weil... Das waren eigentlich gar nicht mal so schwere. Jetzt gucken wo der General ist. Der ist grad da. Ich nenn die jetzt einfach mal generell. Ich weiß nicht ob das wirklich generelle sind. Was macht der eigentlich? Du siehst mich sonst, oder? Nee. Jetzt läuft er vorne durch. Das darf ich einfach nicht mehr auffallen. Das wäre scheiße. Das ist auch überhaupt nicht laut. Nein. Aber egal. Das ist mir vollkommen wurscht. Das ist erstmal weg hier. Dann müsste er fertig sein. Halte zukünftig die Zunge entziehen. Und hier fließt noch wenig meine. Die Kalle, die wir gefangen haben. Ja, natürlich. Und schon da. Ich muss jetzt aufpassen, weil da scheint mich jemand die ganze Zeit zu sehen. Das ist nämlich der von da. Ich hoffe der geht jetzt nicht aufs Klo. So. Muss mal hier stehen bleiben. Genau, das ist der, der immer da in die Hütte geht. Immer zu. Da bin ich von hier gekommen, ne? Nein, da kommt einer. Ach Gott. Okay, sobald er die Kurve gemacht hat. Jetzt los. Ach. Meine Fresse. Schöne Ruhe. Mehr wollte ich nicht. Stattdessen werde ich nach 10 Minuten von diesem lärmenden Irrsinn geweckt. Ich verlange eine Erklärung. Und zwar am besten eine gute. Was? Wie ist das passiert? Meine teure Ware freigesetzt? Das akzeptiere ich nicht. Entschuldigen wird es sicher an den Kraten gehen. Doch erst schaffen wir hier noch Ordnung. Schließt das vor. Tötet jeden der flüchten will. Ist mir egal ob er zu uns gehört oder zu denen. Wer sich den Tor nur nähert ist tot. War das deutlich? Okay. Ja gut, okay. We band jetzt bei der Kraten rein! Come gegen motivieren! ig Wind・Bö stabilized! endlich um! Ich erledige das. ok jetzt wird erstmal gefaltet endlich darauf habe ich ja eigentlich am meisten gewartet oh die sklaven kämpfen auch mit nice one hey die können ja sogar kämpfen krasse scheiße ich bin noch fast full life ok allmählich geht es schon lower ich weiß jetzt gar nicht wer ich bin eigentlich davon ich bin schon dass hier wusste gar nicht welche welcher ich bin alter war das scheiße grad das ist gerade ein bisschen nervig an diesem level dass man einfach im prinzip kein plan hat wer man ist ok mit diesen messen hier kämpfe ich schon ganz um einiges lieber muss ich schon mal sagen dazu also ich glaube unser team gewinnt gerade ein bisschen wie viele verluste haben wir mittlerweile schon hör auf mit diesem ich erledige das ja das geht auf den nerv also gerade macht das spiel schon spaß kann man schon mal so sagen ok mehr ok wieder nachladen kurz brauchen bessere waffe wo besser nachladen wo man nicht nach jedem schuss nachladen muss hat die fresse sonst bringe ich dich auch nur um ok das geht zwar nicht aber alter was ist gerade los mit der kamera gewesen ja aber das werden irgendwie gar nicht weniger kann der auch was anderes sagen ohne mich werde vermutlich schon längst tot ich mache gerade so schöne one hits ich mache gerade so schöne one hits ich bin schon wieder fast full life das ist krass trotz der tatsache dass ich gerade gegen so viele kämpfe gott sei dank muss ich das nicht alleine durchstehen aber später vielleicht eben schon okay du stirbst auf jeden fall hä dieser eine wachmann wieso bleibt er da einfach stehen ich kann ihn auch nicht angreifen oder so ich habe eigentlich meine waffe nachladen wollen um jetzt schießen zu können wieder ok jetzt welches bin ich jetzt nochmal ok jetzt weiß ich welches hat es werden hier gar nicht weniger das ist doch unlogisch überall wird gekämpft nix hast du bro kein leben mehr hast du wie habe ich jetzt eigentlich schon gefällt das wäre mal interessant zu wissen ey ich möchte dich nicht ein in angelegenheiten die dich nichts angehen oder aber das werden ja wirklich nicht weniger ich will jetzt nicht hier rein baden warte 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 wir können doch ein abkommen treffen äh äh voll äh das werden niemals weniger es sind immer noch gleich viele wie am anfang das muss ich eigentlich machen um hier zu gewinnen von wegen freie schussbahn laden nach aber schnell so habe ich aber keine schüsse mehr ok der wäre down aber es wäre schon schön mal zu wissen wie viele noch leben wenn irgendwie so ein counter mal wäre wie viel man gekillt hat wie viele noch leben das wäre mal cool aber das werden immer mehr das werden immer mehr irgendwann ist hier die ganze boden voller leichen und leck mich ey ich habe keinen bock auf dich das war so klar guck jetzt kommen schon wieder neue ich gehe mal davon aus dass man hier nicht gewinnen kann oder wie ich erledige das halt dir einfach die fresse nix erledigst du hier die sind ja alle hinter mir her nicht hinter dir ja what the fuck die haben mich gerade alle ge- naah geil ey ohne witz das werden ja niemals wenig wie will man hier durchkommen wie lange soll man hier fighten bis die endlich alle down sind jetzt kommen ja immer wieder neue schade schaden durch ach so ich glaube jetzt verstehe ich es glücklicherweise starte ich wieder mit 5 munition weil zum beispiel ähm bloodborne wäre das jetzt nicht so so jetzt können wir wieder von vorne anfangen ich glaube ich kämpfe jetzt einfach erstmal hier fertig bis hier alle down sind und dann also jetzt gerade läuft es von der steuerung her auch allmählich das mit diesen zeitlupe sequenzen muss ich noch ein bisschen mehr üben da gibt es nämlich so vier movesets oder vier tassen die man danach drücken kann um einen fortführenden angriff zu wählen ich kann nur auf gut drücken das ist das einzige was ich kann eigentlich derzeit derzeit es hätten schon wieder wie er mehr mir kommt es nur so vor dass diejenigen äh das meine ist sozusagen mitgehilfen immer weniger werden aber von ihnen bleiben das immer irgendwie immer viel halt die fresse ich stelle ich stelle deine stimme gleich aus ich erledige das Sir ich erledige das Sir kann ich ein paar von meinen ähm gehilfen opfern eigentlich dem ich ein fass anzünde und dann einfach alles in die luft sprenge derzeit derzeit